und damit ich habe das spiel wirklich erst ja ich glaube ich habe das erst gestern entdeckt und ein paar bilder davon gesehen so ein bisschen video material geguckt sind ein paar trainer und in den ersten part von den zwei reingekommen hier kleines ein kleines bild davon zu machen was ich da überhaupt vor mir habe aber so großartig viel habe ich davon noch nicht gesehen also wir starten frisch relativ blind das abenteuer das ist ein kleines intim ja wie schon gesagt die abenteuer von sage und schreibe also wenn ich wie ich das vorhin gelesen habe mich nicht komplett verschliebe nur fünf entwickler die daran gearbeitet haben es ist wirklich eine kleine firma das daran gebastelt hat und ja bevor wir noch viel rumreden reden ich kann auch nicht sehr viel dazu sagen also ja dem was einfach selbst steigen war ein ist das sommer ist heiß draußen und ja da ist das genau das richtige ein neues display summer in mara okay versuchen wir es mal starten ein neues spiel einstellungen und die credits bedienen elemente verlassen wird die steuerung muss noch ein bisschen kapieren wie die funktioniert okay ja so funktioniert das na dann legen wir los starten ein das spiel wo ist wozu warten auf geht's nennen ist abenteuer und da sind auch schon im spiel so sieht aus wir sind diese schwarzhaarige kleine mann frau keine ahnung was ja wir spielen ihn hier da können wir an zoomen können ich muss die spielsteuerung erst mal noch ein bisschen kapieren ich spiele das hier auf steam also ich habe das spiel auf steam gekauft und spiele das auf der steam version auf der pc version ja das heißt das dürfte eventuell so ein bisschen andere steuerung besitzen da können wir uns wieder hinsetzen aha okay die steuerung ist ein bisschen anders als man es von spiel gewöhnt ist okay ja muss diesem reinkommen muss erst mal musste erst mal kapieren was ich hier mache ich gehe mal baden ich gehe mal hier gleich abseits des weges gehe mal hier schon mal ins wasser ich weiß ich soll da gleich direkt nach vorne und mit der ersten person reden aber ich gehe ich schaue mich erst mal um ich gebe es ins schwimmen sehr schön ich kann schwimmen sehr gut dazu haben wir wahrscheinlich noch jede menge zeit im laufe dieses spiels aber ich springe hier direkt mal abhangen runter und wir haben auch kein falschen hier ja sehr schön und jetzt ja wie komme ich wieder hoch zu unserer ziel mutter wollen wir hin dort mal mit der reden das ist doch alles hier das sieht doch schon sehr bezaubernd aus hier oder etwa nicht ist doch hier doch hier schon einen sehr hübschen look so wie wir uns hier schon umsehen hier ist unser feld hier ist unser gebiet und da haben wir die unsere ziel mutter öffnen kann ich eh ich brauche das um diese drohe zu öffnen ja einen schlüssel und den haben wir noch nicht kann ich irgendwie schwenken ja ich kann hier schwenken mit der maus aha okay alles klar und dann reden wir mal mit ihr mit e kor warst du wieder auf dem dach jetzt habe ich den so ein bisschen so ein bisschen ja der pate mäßig gesprochen das wollte ich jetzt nicht wirklich aber ähm nein ja ja ich habe dich doch gerade runterkommen gesehen gibt's etwas das ich würde ich tun können auf der insel gibt's immer was zu tun mein liebe oder mein lieber wir brauchen orangen um Saft fürs frühstück zu passen ich bin zu alt meine alten Knochen äh ich krieg das alleine nicht mehr hin also kannst du mir mit helfen ich kann sie selbst leider nicht holen orangen für die dame aber natürlich neue quest ja wir haben eine erste quest freigestaltet und wir müssen hier ins erste quest drei orangen für den frühstückssaft pressen holen und pressen ja das ganze hat so ein bisschen wahrscheinlich ähnlichkeiten von wie ist das spiel ja also mir fällt da gerade nämlich ein es hat so ein bisschen so ein bisschen Landwirtschaftsstil so ein bisschen wenn es mir wieder einfällt sage ich es euch okay den Kohl können wir nicht ernten oder den Salat Karotten noch mehr Karotten ich könnte mal versuchen also natürlich können wir das machen Sam ist nicht unsere Aufgabe gerade aber okay können wir auch nicht ernten Huhn oh haben wir gefüttert sehr schön gucken wir uns schon mal um alles andere als um die eigentliche Quest das Spiel hat über 300 Quests wenn ich das richtig gelesen habe die wir hier haben die wir annehmen können das heißt das kann ja wirklich das ist das Spiel kann ungeahnte Weiten oh ein kleines Glück das fürcht mir schon füttern wir es eh füttern na komm füttern nicht haben wir nichts mehr zum füttern ach wie schade es folgt uns ist doch das ist doch süß jetzt haben wir hier ein kleines Küken was uns folgt ja wie gesagt das Spiel kann ein garter Ausmaß annehmen und wir haben jetzt 300 Quests in verschiedenen Inseln die wir haben hier heben wir unsere erste Range auf ja mal schauen wie viele Parts wir hier mitmachen ich teste das jetzt hier erst mal im ersten Part in der ersten Aufnahme an und dann schauen wir mal weiter das Schwein können wir füttern sehr gut auf diese idyllischen Farben auf diese idyllischen Landschaft auf der Insel ja weil zuerst unser Leben als Bauchstochter kennen oder als Bauchsohn ich bin so ein bisschen ja ich weiß nicht Tochter weiß nicht das sieht eher es sieht nach gar nichts aus das kann man irgendwie für sich interpretieren also es ist ein Junge weil ich es spiele es ist ein Junge ich hätte fast Tochter gesagt weil ja irgendwie keine Ahnung kam mir so vor tja zwei haben wir schon wie viele müssen wir denn eigentlich sammeln da gibt es da auch ein Monat für hm ähm habe ich gerade nicht gesehen ich vermute mindestens noch eine müssen wir sammeln Aranches ein Orang da hinten dann sehe ich einen Baum ach es will gestreichelt werden auch schön das gefällt mir doch jetzt schon wahnsinnig oh ein Schwein folgt mir ach das ist doch super ich bin in das Spiel schon jetzt verliebt es ist gerade zur Sommerzeit jetzt hier wenn es in der Corona-Zeit jetzt Urlaub weitestgehend verboten ist alles dann hier da kann man Urlaub hier im Spiel machen das ist ach ja machen Ventilator an und setz dich hier und machs Fenster auf na Fenster auf wenn es draußen heißt es naja zurücklehnen und hier entspannen es ist doch hier eine fantastische Landschaft gehen wir mal zu unserer Zielmutter schauen wir mal ob die schon ah da haben wir auch noch eine orange ob das schon reicht ob es dir schon für den Frühstückssaft reicht Orangen zum Frühstück interessant Orangensaft naja soll es geben also kann man machen das ist durchaus legitim ich persönlich bevorzuge der Kaffee zum Frühstück aber ja hast du die schönsten Orangen der Insel in der Küche ach dieser Saft ist köstlich ich fühle mich voller Energie das wollte mich zu hören vergiss nicht Kua Kua ist sein ihr Name also ja ist jetzt auch kein Name also wenn es jetzt Franz wäre dann wüsste ich dann wäre es klar ja Kua das ist bestimmt auch irgendwie ein Name das ist auch ja darin gefällt dann kann man das bestimmt auch eindeutig zuordnen tja wie auch immer mit Schweiß und Trank gewinnst du jedes Herz jetzt müssen wir ein neues Ackerwald vorbereiten gut ich schau dir von hier aus zu oh nein nein du bist doch schon ein großes Kind das kannst du auch selber nimm deine Acker und bereite das Feld vor danach kannst du die Karottensamen anpflanzen zum Schluss musst du noch Wasser aus dem Brunnen holen und die neu gepflanzten Samen gießen muss ich danach duschen gehen wenn du dich so trinkig machst wie sonst immer und nicht immer wenn nicht immer mit dem Schlapp wühlst das ist tja dann musst du duschen tja tja ach tja ja ja es klebt auch immer etwas an mir ok drei Orangen gegen oh ein neues Rezept will die Hacke aus um mit dem Boden zu interagieren du hast ein neues Rezept Orangensaft ich akzeptiere den Orangensaft und ich habe ein neues Werkzeug die Hacke ich akzeptiere auch die Hacke neue Quest bereitet mit der Hacke ein Agrarfeld vor um Kauten anzupflanzen ich akzeptiere auch diese Quest die Kauten anzupflanzen ah hier das sollen wir machen die Hacke aus um mit dem Boden zu interagieren Hacke Hacke Inventar mit dem I wen wohnert will die Hacke aus mit dem Boden zu interagieren ok Spielsteuerung aha aha ok das muss erst noch Missionen Materialien hier die Hacke ich habe noch gar keinen Hacke muss wahrscheinlich erst mal eine Craften hm Craften 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 hat also ein bisschen was von Animal Crossing die Craft System und so weiter ja mal schauen Werkzeuge sind keine Rezepte verfügbar Werkstatt sind keine Rezepte verfügbar Küche Orangensaft hm haben wir noch nicht genült so aber wenn ich keine Hacke habe wie soll ich dann Ziehen Mutter ich würde dir diese Aufgabe nicht geben wenn ich nicht davon überzeugt wäre dass du sie erledigen kannst aha aber Hacke will die Hacke aus um den Boden zu interagieren hm aber ich habe noch keine Hacke Mami Holz Stein daraus könnte daraus könnte ich mir theoretisch eine Hacke craften aber was aber wie aber was ich brauche auf das um diese Droh zu öffnen hm wie sieht die Hacke aus um an den Boden zu interagieren hm eine Ewigkeit später mhm das Werkzeug wechseln natürlich ja okay das habe ich jetzt okay und jetzt könnte man mit dem Boden interagieren Hühnchen geht mal weg hier sonst mache ich sonst gibt es hier die Fliegersee ja tut mir leid ich habe Kenntnisse für dich also ich will hier ernten gehen ich will hier nicht ernten sondern anbauen gehen ich werde hier noch verletzt so sehr gut will ein Hacke aus um den Boden zu interagieren ja habe ich doch jetzt gemacht kannst du mal weggehen hier Korottensamen ernten ich glaube ich muss das Spiel mal ah doch okay ja hole Wasser aus dem Brunnen um das Feld zu bewässern das habe ich gerade schon gemacht da muss ich jetzt mal hier kurz ähm ja 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 ich bin ja hier schon Wasser ich schüttel das aber auch überall hin das ist ja ziemlich lästig ich werde das sehen nach der Osa das ist so toll aus okay können wir weitermachen oder war es das jetzt schon oder alles ist fertig mit dem gut jetzt brauchen wir noch Feuerholz ich habe aber leider meine alte Axt verloren wir müssen wohl ein neuer anfertigen kann ich das machen aber sicher warum nicht du brauchst nur einen Stein und ein bisschen Holz toll dann habe ich meine ganze eigene Axt wir werden sehen ich nenne die Materialien geh ins Haus und dann baue dir eine Werkstatt eine Axt dann treffen wir uns am alten Baum steigen und holen du hast ein neues Rezept für dein Werkzeug akzeptiere ich akzeptiere die Axt fertig ein neues Werkzeug Gang Axt so wir betreten und dann haben wir hier die Werkstatt keine Rezepte verfügbar Werkzeuge Axt akzeptieren ich habe eine Axt ich muss mit dieser Axt vorsichtig sein ach quatsch ein echtes Zwergkind das kann mit Axt umgehen setz ihr Gebot an das ist kein Problem die ist sehr scharf ach Truhe aufhauen Axt ich brauche etwas um diese Truhe zu öffnen die Axt hau drauf es dürfte doch gehen wir haben eine Axt cool das geht sogar achso das habe ich automatisch gewechselt oder was jetzt habe ich die Axt in der Hand oha ähm das fehlt säen zerstören füttern ah das können wir mitnehmen zum Füttern tut mir leid ich habe kein Essen für dich für was ach so das war ein Küken ach der wechselt sofort die Axt also von der Axt zum interessant hier können wir zerstören zerstören oder was ja die zerstören macht die Zaun kaputt abhölz das kann man hier fällen oder was kann man baum fällen baum fällt oha er fällt ja gar nicht interessant nehmen ok sehr gut sehr gut auch das grünchen fällen besser so so ähm ja wir sollen runter zum wir sollen mit der madame reden so nennt es sich so nennt es sich so nennt wir sie nach dem Baum fällen machen auch die Axt kaputt sehr nice mitnehmen herrungenschaft freigeschaltet ist gut aha weil ich schon was geerntet habe oder was sehr schön so dann gehen wir mal hier unter ah da ist die madame schon hallo ja ja schau dir diese Axt an gut als nächstes müssten wir diesen baum fällen oh der baum tut mir leid mir tut er auch leid wenn wir der Natur etwas nehmen müssen wir es auch wieder zurückgeben wir leben in Mara der große Ozean der uns umgibt ist von er leben wenn wir der Natur für uns nutzen ist es auch unsere Pflicht sie für die Dinge zu entschädigen die wir uns genommen haben ach so ist das also wir sind Teile des Kreislaufs und dem ewigen Kreis dreht sich um Zahne eben ja kommt mir irgendwoher bekannt vor Coa nichts von dem was du siehst gehört dir Mara hat es nur geliehen es gefällt mir soll ich den baum jetzt fällen was sagt man danke lieber baum nimm einen Samen wenn du mit dem baum gefällt wenn du mit dem baum was wenn du mit dem baum gefällt hast rechtschrift fehler ferns den samen irgendwo auf den inselen das ist ein fairer tausch pinnenkern ok ich habe jetzt zwischen auf dem weg habe schon fünf baum gefällt aber ist nur fair ja ein baum fallen baum fällt ok ach das ist auch ein Samen oder ist das was anderes was wir da ausnehmen was wir wieder einpflanzen können ok inventar paar buchsgüter orange pinnenkern materialien ach was ist das mehr und speziell da können wir jetzt gleich in den pinnenkern wieder einpflanzen in ort und stelle das wäre doch gar nicht schlecht ich weiß noch nicht wie aber scheinbar können wir es noch nicht gut können wir ernten ah ok damit ich mal kurz hier ich will mal kurz hier zurück zum zum grundstück und mal hier ein bisschen ernten gehen da haben wir doch hier karotten und dingens können wir noch nicht ernten oder was ist jetzt hier sieht doch schnell das ist sehr gut aus ah sehr gut hier können wir Rüben ernten zack und zack und zack nach Rüben alles auf einmal ausgerupft und zack und zack jetzt können wir die Tiere wieder füttern das ist ja großartig aha und das wächst noch nicht können wir das hier wieder machen hier verbreiten ich bin ganz fleißig ja hier was wasser müssen wir noch wasser müssen wir machen wasser holen sehr schön das Feld bewässern nicht hier nochmal rüber schade ok können wir hier was anpflanzen karotten zum Beispiel ähm karotten ja und ok ich hab keine ahnung wird uns vielleicht später noch beigebracht achst ausrüsten moa der kleine angstmörder ok ich kann oh schade wird die Aufgabe nicht geben wenn du sie nicht meistern kannst kann ich hier irgendwie schlagen mich verteidigen mit der Axt wahrscheinlich nicht das ist nicht so im Spiel ja ja ich gehe ja schon was soll ich eigentlich machen questlock ich hab jetzt mich zu viel mit Nebensächlichkeiten ja gut ähm soll ich den Baum einpflanzen so sah es aus eh nehmen ok wir haben einen Wurm jetzt könnten wir theoretisch angeln wenn wir noch eine Angel kriegen würden als erstes muss ich eine Angelrote herstellen ok angeln können also auch noch das ist interessant ich frage es jetzt wie fängst du mal den Pinienkern mit ein dann vielleicht halt hier noch ein paar Bäume sehr gut sehr gut hartz hartz und herzlich sehr gut Holz haben wir jetzt da können wir uns eine ganze Hütte ausbauen wahrscheinlich schon naja aus sechs sieben Bäumen wahrscheinlich noch nicht aber ja hast du Tipp für uns was soll ich denn machen das würde ich gerne hier mal hm da habe ich jetzt nicht aufgepasst was sollte ich denn hier tun was sollte ich machen und was will das Spiel von uns darüber in die Mine da gibt's aha fallen fällen was fälle ich denn da aha ein Busch den Busch habe ich gefällt das war mal mühselig das rettiert mal ein bisschen gut ähm ja in die Mine sollen wir wahrscheinlich noch nicht rein ne fällen wo wir es nicht können wir hier so schlagen und nehmen das ist sehr gut da hängt noch da hängt noch eine Frucht nehmen und nehmen ich sagte nehmen großartig hm how to baum pflanzen kliniken pass auf das gefällt können wir ihn irgendwo aktivieren ernten ernten wollen wir nicht das ist wenn wir pflanzen tja tja das baum mit der axte pflanze einen pinienkern mit der hacke wenn ein baum wachsen kann wenn ein baum wachsen kann die da quest annehmen kann man kann man irgendwie irgendwie äh pinienkern den haben wir hier pinienkern auswählen bin bin ich denn komplett mit der hacke jetzt könnten wir noch die p theoretisch mit der hacke bin ich denn bei der hacke hat das war der hacke jahre hat das hat hat das hat hat Und ja, gut, da scheitert es hier schon an den ersten Schritten. Theoretisch müsste ich jetzt irgendwie da so ein bisschen ein Feld. So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. Gut, dann mache ich mal eine kleine Aufnahmepause und schau mal, schau aufs Screen mal, weil nach, wenn ich jetzt hier den verdammten Pinienkern ein, das kann ich euch ja nicht antun, setze ich mich jetzt mal hier wieder aufs Dach und dann, ja, es hängt jetzt an mir, das ist jetzt mein Problem, dann muss ich jetzt hier mal gerade aufs Screen kriegen, dann sehen wir uns wieder, wenn ich das mal hingekriegt habe. Also, das kann ja eh nicht wahr sein.